Hallo und herzlich willkommen zurück. Es ist der Tag 22 Oktober 9.34 Uhr. Ich musste heute etwas länger schlafen, weil meine Energie nach der Wembynacht etwas wenig war. Ich habe da wie gesagt wie immer ein bisschen was noch gemacht und gemäht. Nichts repariert, aber andere Sachen halt gemacht und dann fliegt die Zeit davon. Und naja, ihr wisst es ja selber wie es ist vielleicht. So, ich würde das mal ganz kurz hier lehräumen. Was haben wir heute vor? Eigentlich reicht der Tag nicht aus, was wir heute vorhaben. Denn als erstes würde ich glaube ich mal den hier fertig bauen und das müssten wir auch im Inventar haben und damit ist der nämlich erledigt. So, als zweites würde ich gerne hier ein bisschen ganz wenig aufräumen, nur ganz wenig. Ähm, denn wir haben nämlich auch nichts mehr an Steinen und etc. Und deswegen würde ich heute gerne eine Runde machen und zwar eine Ausflugsrunde in die Höhlen und die Höhlen abfarmen. Das ist absolut wichtig, finde ich. Äh, wie viel brauchen wir denn davon? Zwei, glaube ich, ne? Ja, und dann würde ich nämlich sagen, wir machen uns als erstes mal schnell den Rucksack hier. Na, legen wir das hier drauf. Vier Stück Hammer und zwei Seile. Und dann haben wir den gigantisch geilen großen Rucksack Hammer. Gefällt mir echt, echt gut. So, dann würde ich als nächstes das wieder hier irgendwie zurückrollen. Ich weiß bloß nicht, ob wir das hier haben. Genau, wunderbar. Was ist damit? Das können wir auch zurück tun. Sehr schön. Haben wir hier was dabei? Hier haben wir nichts dabei, aber ich glaube, irgendwo hat man doch hier noch was. Genau, das können wir hiermit hin tun. So, ansonsten würde ich gerne, ich würde gerne vielleicht noch was mitnehmen. Und zwar würde ich das noch mitnehmen. Und das, dann haben wir was für die Reserve unterwegs. Und ich merke schon, wir sind da wohl irgendwie ein bisschen voll. Das werden wir uns gleich mal anschauen, woran das liegt, wenn wir das hier verteilt haben. Ja, wie gesagt, wir haben gar nichts mehr. Wir sind wirklich hier mit den Steinen am Ende. Und es ist natürlich so, ich würde, wie gesagt, heute gerne in die Höhlen gehen, denn die sind nämlich bereit zum wieder mal abernten. Und muss ich kurz schauen, wo war es denn? Essen war es. Hier, das ist nämlich unser Zubereitungstisch. Ihr habt das natürlich gewusst. Ich habe den irgendwann mal vor ganz langer Zeit das erste Mal gebaut. Und ich glaube, ich kam damals auch mit den Konserven nicht klar. Mittlerweile hat sich das geändert. Aber es ist halt manchmal, wie es ist. So, jetzt habe ich, glaube ich, nicht genug Nägel. Neun Stück, wow. Ähm, ja, dann ist das wohl so. Aber das ist auch kein Problem. Dann machen wir das zu einem späteren Verlauf. Bretter brauchen wir noch. Wir haben draußen noch Steine. Da kriegt man bestimmt noch einen Barren hin, denke ich. Ja, es ist halt manchmal, wie es ist, ne? So, da kann ich vielleicht mal ein paar mitnehmen. So, das sieht gut aus. Okay, ja, ich habe mich auch mit den Klamotten beschäftigt. Natürlich, insgeheim habe ich das natürlich auf den Schirmen mit den, äh, das wollte ich gar nicht, weil das... Mit den, ähm, Kühlungssachen. Das ist, wie gesagt, ich habe mir das angeschaut, aber Umsetzung ist manchmal so eine Sache. Jetzt ist sowieso vorbei. Jetzt brauchen wir es nicht mehr. Denn es ist einfach, ähm, ja. Zu warm, sag ich mal. Äh, zu kalt wird es bald. Nicht zu warm, zu kalt. Und ja, da können wir uns das erst mal schenken. So, wo bist du? Wow. Komm mal her, du. Na, 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 na. Übrigens ist mir aufgefallen, wenn man die so im Nahkampf macht, ähm, kann es sein, dass sie meistens oder öfters weniger oder gar nichts geben, ähm, wenn man sie dann weglootet, sag ich mal so, ne? Das ist dann halt so, äh, welche ist denn hier leer? Dann nehmen wir mal die hier. Ja. Okay, dann würde ich gerne das Essen hier reintun, irgendwie. Mmh, toll. Ganz toll. Na gut, dann ist das so. Und ich habe nicht genug Platz, was? Sehr schön. Kriegen wir alles hin? Also, wie gesagt, ähm, wir wollen heute die Hüllen und ich hoffe, dass wir auch irgendwann nochmal loskommen. Ähm, kannst du das mal bitte mitnehmen? So, drei Stück würde ich essen. Das machen wir gleich. So, dann sind wir da erst mal gut. Dann nehme ich noch eine Melone zum Essen. Jawohl, die Werte sind eigentlich ganz okay. Jetzt gehen wir mal schnell hier rüber. Das sollte jetzt passen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreißen, vierzehn, fünfzehn. Und da haben wir fünf Stück. Ich brauche aber mindestens acht. So, da sind wir bei sieben. Und da sind wir bei acht. So. Ja, so oder ähnlich. Gut, da haben wir schon mal das. Dann würde ich als nächstes eigentlich gerne, äh, zwei Mais anbauen. Kürbis nicht, äh, eine Kartoffel. Wo ist denn hier? Und zwei Gurken. Dann schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. So, die nehme ich mit. Jawohl. So, einmal ernten. Ja, wie gesagt, äh, wir haben ja alles da. Wir können uns das machen. Ich brauche nur die richtigen Früchte. Und da brauche ich Mais. Ich brauche Gurke. Und ich brauche, ähm, Kartoffel. Ich brauche die gelbe, diese kleine, ähm, unscheinbare Melone brauche ich. Und, ähm, ja. Und hier die große Wassermelone brauche ich so. Und ich glaube, Kartoffeln haben wir genug da. Dann können wir uns das hier erstmal kurz schenken. So, ich esse trotzdem noch eine Kartoffel. Einfach mal so, weil ich es kann. Und dann tun wir das so ein bisschen hier oben. Okay. Wie sieht es jetzt aus? Wir haben... Oh, wir haben auch ein Kartoffeln dabei. Das will ich natürlich nicht. Komm, mach mal raus hier. So. Das brauche ich nicht. Eine nehme ich mal mit. Ich würde noch, ähm, ich nehme noch eine Melone mit. Einfach zur Sicherheit. Und vielleicht noch eins davon. Gut, dann haben wir das. Pfeile kann ich erstmal zurück tun. Das sind drei Stück, die haben wir bekommen. Das ist sehr gut. Wir haben Treibstoff dabei. Die kann ich zurück tun. Und, ähm, das ist schon mal fertig. Das ist sehr gut. Dann können wir das und das rein tun. Und das tue ich hier unten hin. So. Ähm, haben wir noch Erze irgendwas? Nee. Wir haben zwar jede Menge Barren, aber nichts an Ärzten. Jetzt wollte ich nochmal überlegen. Ich bräuchte nochmal hier das. Genau. Und das können wir dann später machen. Wir machen jetzt erstmal los. Die Kiste ist leer und die ist so gut wie leer. Warum nimmst du nicht alles? Weil du nicht willst. Okay. Gut. Dann ist das so. Ja. Dann machen wir das hier rein. Aber kommt doch nicht alle gleich hier. Minutentag, bitte. Danke. Wo bist du denn? Oh, ein Öl. Sehr gut. So. Okay. Wie spät haben wir es denn nun schon? Wir haben es schon Mittag. Und ob wir nochmal fortkommen. So, ich muss jetzt das mitnehmen. So, wo ist unser Wagen? Da ist unser Wagen. Tue ich mal vorne hin. Vorne ist vielleicht besser. Ja, wie gesagt. Wir müssen da ein bisschen reparieren hier. Und das kann ich übrigens mal mitnehmen. Das würde ich nämlich dann irgendwann mal oben hinstellen. Und da fällt mir auch ein, ich wollte eigentlich noch was Wichtiges machen. Die Ecken muss ich auch mal hier machen. Definitiv. Das machen wir aber alles. Oder ich mache es mal über Nacht. Also ich denke, morgen ist das dann erledigt. So. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Kisten. Die war erledigt. Und hier war noch was drin. Das tun wir noch hier rein. Kisten. So. Oh, das ging sogar von oben. Wahnsinn. Schade. Schade, schade, schade. Jupp. Also, ähm, so sieht es erstmal aus. Komm, einmal da hin. Halt, Kiste. Ähm, weil die Höhlen, die warten auch schon wieder auf uns. Das ist einfach so. Und ich würde gerne nochmal ganz schnell was schauen. Wir haben nämlich hier die Waffen dabei. Genau. Bevor wir aber losmachen, muss ich leider noch eine Kleinigkeit erledigen. Ich denke, dass wir relativ schnell wieder da sind. Ich schätze mal vier bis fünf Stunden. Das heißt auch so 17 Uhr. Das ist vollkommen in Ordnung. Und deswegen würde ich gerne noch was ansetzen. Denn wir brauchen noch unbedingt Lehm. Ich will den zweiten Ofen noch fertig machen. Und wenn wir Glück haben, ist bis heute Abend das vielleicht schon ausgehärtet. Schauen wir mal. Weiter sieht ja gut aus. So, sind das zehn Stück. Das sind neun. Hier ist der zehnte. Gut. Das reicht mir jetzt erstmal, dass wir loskommen. So. Wunderbar. Dann brauche ich Steine. Habe ich die schon? Nein. Sehr gut. Einmal hier rum. So. Einmal Steine drauf. So. Und dann... Achso. Dann muss ich das ja noch so machen. Genau. Dann läuft das. Und die kann ich mal hier vielleicht so reintun. Dann ist das auch in Ordnung. Gut. Warte mal. Ich nehme mal das hier hinten. Das ist besser. Ja. Ihr seht. Die Zeit ist wahnsinnig, wie das davon rauscht. Das ist echt prickelnd. Gut. Ich lasse das jetzt einem Mann die Axt. Wir haben jetzt auf alle Fälle Treibstoff dabei. Wir haben was zu essen dabei. Die sind soweit voll. Das passt. Und dann würde ich sagen, fangen wir... Ich glaube, wir sind dahinter. Genau. Erstmal zur Aluminium. Ich würde ja gerne auch den Aluminiumextraktor einen zweiten dort bauen. Momentan fehlt es mir eigentlich hinten und vorne an Eisenbarren. Von daher wird das irgendwann in den nächsten Folgen geschehen. Und müssen wir einfach schauen. Ja. Was ist noch zu sagen? Ich habe letzte Woche alles vorproduziert. Konnte ich natürlich nur euch antworten. Und das dann im Spiel nicht mehr verändern. Ich gehe aber davon aus, dass das trotzdem für euch so okay ist. Und ich versuche das jetzt in der Woche alles ein bisschen einzubauen und mit anzuwenden. Auch diese Woche werde ich es wieder vorproduzieren müssen. Das geht einfach nicht anders. Ich habe, wie gesagt, nicht genug Zeit. Und das, was dann die Woche gekommen ist, ist dann so, wie es ist. Und natürlich Tipps und Tricks immer her damit. Wie gesagt, es kann auch mal sein, dass ich einfach einen Fehler mache. Es kann auch mal sein, dass ich einfach was übersehe. Zum Beispiel bin ich jetzt persönlich der Meinung, ich hätte mir mit den Städten vielleicht noch ein bisschen Zeit nehmen können und lieber den einen oder anderen Tag in etwas anderes investieren können. Aber wir sind mit den Technologien schon wahnsinnig weit. Aber eigentlich kann ich es gar nicht bauen, weil mir hinten und vorne die Ressourcen fehlen. Das ist eben auch ein Fakt. Und da haben wir schon mal ein Gürkchen. Da könnten wir vielleicht, wenn wir noch was anderes ein bisschen finden heute Abend. Ja, auch den Tipp habe ich hier mal ausprobiert mit den Wagen. Ich weiß nicht, funktioniert bei mir so semihaft. Mal geht es, mal geht es nicht so. Mit den am Räumen anfassen oder dahinter stellen. Ich kann das ja einfach mal probieren, wenn ich das jetzt so mache. Wo zeigt man hin? In die andere Richtung. Wenn ich jetzt, jetzt muss ich kurz schauen, wie stehen wir? So stehen wir richtig. Also der Wagen müsste eigentlich in die Richtung stehen, glaube ich. Ungefähr so. So. Und wenn ich jetzt rausgehe und mich dahinter stelle. Ich glaube, so war das gemeint mit dem Hinweis. Und jetzt hier drücke, stehe ich. Also nach hinten geht es. Hinten ist okay, wenn man hinter dem Wagen steht. Das funktioniert also. War das ein Bär? Das funktioniert also. Aber vorne an dem Holm, vielleicht bin ich da ein bisschen zu untalentiert jetzt gerade. Dass das nicht funktioniert hat. Aber ja. Funktioniert natürlich auch nur, wenn ihr die Kisten drauf habt. Also das ist so meins. Wenn das Ding leer ist und ihr holt Holz, dann ist es unverändert. Dann zeigt ihr in die Richtung, wie ihr gestanden habt. Naja, ist auch hin wie her. Ich hoffe auf alle Fälle, danke für den Tipp. Kann man mal in der Notsituation wirklich super anwenden. Einfach in das Fahrzeug stellen und dann soll das funktionieren. Apropos Fahrzeug. Das haben wir ja nun auch schon seit Ewigkeiten gefunden. Natürlich sind Elektro-Teile Plastik und so. Das fällt ja nicht vom Himmel. Ich würde favorisieren eigentlich, dass wir ein bisschen Strom machen. Dass wir unsere Stromproduktion natürlich auf die Gänge kriegen. Und dass wir eigentlich erstmal den Ölsauger machen. Dafür brauchen wir glaube ich auch ein bisschen Plastik zum Bauen, wenn ich mich recht entsinne. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht nachgeschaut. Aber das sind zuerst mal meine Prioritäten, dass die Ölproduktion läuft. Bringt mir nichts, wenn ich einen Truck habe. Und dann muss ich wieder warten, bis die Städte nachgesporen sind. Dass ich dort wieder eventuell Plastik finde oder ähnliches. Und da haben wir glaube ich die Konservendose für die Früchte drin. Schön. So, sind wir richtig? Ungefähr ja. So, da können wir die nämlich heute Abend mal machen. Tisch sollte bis heute Abend auch kein Problem sein. Denke ich, der Bahn ist bis dahin fertig. Die Ofen laufen weiter. Das ist mir egal. Kohle und Holz haben wir genug. Da komme ich auch nochmal zu der Hitze. Das war mir natürlich auch bekannt. Mich hat das nur gewundert. Ich habe den Eindruck, die haben trotzdem etwas dran geändert. Denn früher hatte ich auch Öfen drin. Und entweder acht kleine oder drei große. Und habe aber nicht so geschwitzt. Ich hatte das immer nur einen Monat, wo das so extrem war. Und das ist das, was mich so gewundert hatte. Deswegen war ich da ein bisschen, ja, ein bisschen, warum das so nach oben geht. Das war, was mich ein bisschen so gestört hatte. Ansonsten ist mir das natürlich bewusst, dass das die Öfen sind. Und diese Mindest 23 Grad finde ich eigentlich auch eine geile Sache. Weil die einem doch das Leben schon einfach machen. Besonders im Winter. Aber auch manchmal reicht das eben nicht aus. Muss man trotzdem ein bisschen heizen. Ist aber alles kein Problem. Wir haben, glaube ich, genug. Und wir sind auch für den nächsten Winter vorbereitet. Ich habe mir auch das mit den Textilen, wie gesagt, angeschaut. Die Kühltextilien. Ich habe die zum Spaß mal gebaut. Und, ähm, ja, das wird schon frostig, wenn man die dann im Oktober schon anhat. Ne? Ja, Oktober haben wir. Genau. Oder sind Zwiebel? Brauche ich die? Eigentlich nicht. Hm, ich nehme es mit. Und, äh, das kann schon sehr, sehr frostig werden. Und meine Körpertemperatur ist auch knapp auf Null runtergegangen. Dann muss sich das wieder ausziehen, ne? Wie gesagt, ich habe das mal einfach getestet. Ist ja vielleicht auch nicht schlecht, das mal zu testen. Wie sehen unsere Werte aus? Eigentlich ganz gut. Ich würde die trotzdem mal mitnehmen. Sollen wir sie mitkriegen? Natürlich nicht. Dann werde ich mal was essen. Das will ich nicht essen. Auf keinen Fall. Huh, Hilfe. Ja, nicht essen. Ich mache das mal so hier. Dann können wir die mitnehmen. So, und ich glaube, wir müssen da lang. Stimmt's? Jawohl. Ja, also es ist ein bisschen putzig, dass sich das immer so dreht. Aber dann ist das halt so, ne? Äh, mit dem Wagen. Okay. Ja, und, äh, natürlich sind mir andere Sachen auch bekannt. Aber entweder habe ich es nie gebaut, nur mal gelesen und, ja, dann irgendwann vergessen. Ähm, wie gesagt, immer her mit die Tipps. Das ist auch, auch Kritik, äh, kann ich auch vertragen. Solange der Ton gewahrt wird. Ich denke, ihr wisst, wie ich es meine. Und, ähm, ja, ähm, was soll ich sagen? Ähm, wir spielen das ja, um hier gemeinsam Spaß zu haben. Und natürlich, ähm, ist auch manches mit Absicht so, wie es ist, damit ihr einfach auch euch dran beteiligen könnt. Gut, das darf man auch nicht vergessen. Das machen YouTuber ganz gerne. Und mehr oder weniger auch mal unterm Strich mit Absicht. Ja, genauso wie Fehler mit drin sind. Man weiß, dass es so funktionieren kann, aber wahrscheinlich nicht wird. Und dann hat er, der Zuschauer, was zum Aufregen. Mensch, wie Gott, jetzt soll ich das machen? Das ist doch, und, aber das ist genau das. Das erzeugt die Kommentare. Na, ihr wisst es ja selber vielleicht. Und, ähm, macht natürlich unter dem Strich dann auch Spaß, verschiedene Reaktionen zu sehen. Und dann eben drauf zu antworten, na. Ja, aber wie gesagt, top, dass ihr so dabei seid für die ganzen Tipps und alles und Hinweise. Echt geile Sache. Und, ähm, ja. Ich muss es ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin noch ein sehr junger YouTuber. Und mache das auch mehr oder weniger eigentlich als Hobby. Weil, wie gesagt, man muss ja von irgendwas leben. Und davon geht das leider nicht momentan, so wie es aussieht. Und, äh, da bin ich auch ganz ehrlich. Na, da können wir auch ganz ehrlich drüber reden. Und, äh, freue mich natürlich, wenn dann in meinem Projekt, was ich mache, wenn das gefällt. Das ist eigentlich schon mal, ja, fast die halbe Miete, sag ich mal. Und, äh, wenn dazu noch die Community sich dann beteiligt, dann ist das für mich richtig geil. Also, das wird es schon. Ähm. Ähm, ist das zweite Projekt, wo das jetzt so ist. Na, das erste war, fand ich eigentlich Planet Crafter, wo sehr viele Kommentare waren. Also jetzt in 2022. Davor, im letzten Jahr, waren meine Projekte eher sehr klein und dezent. Na, äh, aufgrund meiner Größe war da halt nicht so viel los. Aber, äh, gibt es auch das ein oder andere Projekt, was sehr gut ankam. Aber war eben nicht so viel von den Zuschauern besucht. Na, ist eben dann einfach so. Okay. Ach so, anmachen müssen wir es noch. Das wäre sinnvoll. Und, äh, seht ihr, da haben wir... Wie spät haben wir es? Naja, 15.30. Was sind wir unterwegs? Dreieinhalb Stunden? Vier Stunden, habe ich gesagt. Jetzt müssen wir nur noch ordentlich nach Hause kommen und dann passt das. Und hier habe ich, sehe ich noch was. Das würde ich noch mitnehmen. Und das passt nicht da rein. Nein. Haben wir noch irgendwas, was wir essen können? Ähm, da esse ich mal das hier. Denn die will ich mitnehmen. Na, das könnten wir in unsere Konserven reinpacken. Ja. Also wie gesagt, ich bin da sehr gespannt, wie sich das austut. Wie gesagt, die Werte, das habe ich mir ja schon alles mal durchgelesen. Das mache ich auch meistens nachts, wenn ihr nicht dabei seid. Ähm, um einfach die wertvolle Zeit hier nicht so wegzuschinden. Denn, wie gesagt, wir spielen wirklich einen Monat, sind hier halt, äh, dementsprechend, ähm, 60 Minuten. Und das ist eben nicht viel, ne? Das ist wirklich nicht viel. Ich habe auch überlegt am Anfang, ob ich es vielleicht, äh, so spiele. Einen Tag off-screen, wo ich Zeug organisiere, wo dann die Lager mal voll sind mit Holz, Steinen, was auch immer. Oder, ob ich es wirklich so mache, ähm, dass man es wirklich so spielt, dass ihr bei allen dabei seid. Und es ist natürlich immer so, ähm, jede Stunde offline ist auch eine Stunde, die ich Zeit investieren muss. Ähm, die ich momentan nicht habe, wie gesagt. Oder nur schwer habe. Das geht dann auf Kosten von etwas anderem. Wie zum Beispiel Schlaf. Und dann ist es eben so. Also, und wie gesagt, ich finde es super klasse, wie ihr dabei seid, wie ihr mir Hinweise gebt. Das ist echt toll. Und, äh, ich nehme das auch nicht böse auf, wenn da einer mal irgendwas sagt. Also, da braucht ihr keine Angst haben. Ähm, könnt ihr auch gerne mal sagen, wenn euch was nicht gefällt, ne? Ähm, einfach immer raus damit. Kann man ja, warum hast du das so gemacht? Und, ähm, ja. Ich denke, ihr wisst, wie ich es meine, ne? Ja, könnt ihr natürlich immer gerne eure Meinung kundtun. Und manchmal hat das einen Sinn und manchmal hat es auch keinen Sinn. Dann ist das so bei mir. Manchmal habe ich es einfach ausgeblendet, vergessen, übersehen, was auch immer. Das kommt halt auch vor, ne? Ja, das ist eben so. Und dafür ist es ein Spiel, dafür ist es ein Let's Play und dafür sind wir eben alles Individuen. Ja, und ich bin wirklich trotzdem geil von euch begeistert, wie ihr hier dabei seid. Das ist echt genial. Muss auch sagen, ähm, auch bei Osiris, äh, da geht mir das ja genauso. Da, vielleicht seid ihr ja auch zum Teil da, äh, oder ihr seid ja zum Teil da auch die selben, jetzt muss ich jetzt mal schauen, wo müssen wir hin? Ach nee, hier sind wir noch gar nicht richtig. Ähm, die selben, die sich da zu Wort melden. Und das ist natürlich absolut genial, weil ich habe durch eure Hinweise so viel in dem Spiel jetzt schon dort gelernt. Und, äh, mag es von Folge zu Folge immer mehr. Ja, wie gesagt, ich habe leider nicht die Zeit, dort mehr zu bringen. Ähm, ich tue in der Woche dann immer offscreen ein bisschen Ressourcen besorgen. Ähm, was vorproduzieren, dass wir dann einfach mal auch in den 30 Minuten, 40 Minuten, was wir dort haben, zu Potte kommen. Ähm, und dass dann auch in der Folge was zu sehen ist, ein Fortschritt oder irgendwas, ne? Damit das eben auch, äh, vorangeht. Und auch, wie gesagt, dafür, meinen Dank für jeglichen Hinweis. Ist echt geil. Ja. So, jetzt sind wir natürlich nur über die Wiese gerammelt hier und, äh, hab mich hunderttausendmal bedankt, was ja auch in Ordnung ist. Ähm, aber gemacht haben wir heute trotzdem noch nicht viel. Wir haben den Rucksack, wir haben den Webstuhl fertiggestellt. Die Essensbank, das werden wir jetzt auf alle Fälle machen und wir werden jetzt ein paar Konserven herstellen. Ähm, als nächstes würde ich gerne ein bisschen Holz holen. Und jetzt muss ich nochmal schauen, ob wir noch auf Kurs sind. Ja, aber wir haben keine Energie. Und wenn wir das haben, würde ich gerne oben die Ecken mal mit Holz fertig machen, dass ich dort nicht immer springen muss. Ähm, wie gesagt, es kann sein, dass ich von Zeit zu Zeit mal einfach nochmal ein bisschen umbaue, ein bisschen was verschiebe, weil eigentlich, ähm, ja, ich bin da immer so ein bisschen, wo ich sage, ähm, das steht jetzt hier. Ja, aber vielleicht ist es noch nicht endgültig, ne, da geht vielleicht noch was, vielleicht, ähm, aufgrund eines neuen Tisches, wie zum Beispiel jetzt der neue Tisch, den wir bauen, vielleicht müssen wir da nochmal ein bisschen was verschieben. Jetzt muss ich mal schauen, wo wir sind. Okay, links rum. Ja, mit den, äh, Taschenlampe zum Beispiel, da hatte ich ja auch schon in den letzten Folgen gesagt, ich lasse die an, dass ihr hier im Dunkeln was besser seht. Ob die sich verbraucht, äh, ob die irgendwann kaputt ist, sag ich euch ganz ehrlich, dann brauchen wir eine neue. Ja, es gibt Städte, da sphrennt das Zeug nach. Wir haben auch genug Zeug selber, dass wir eventuell Tuch oder vielleicht auch Kevlar herstellen können, bis dahin, was wir dafür brauchen. Und da bin ich eigentlich sehr, ähm, locker und lasse die Lampe auch gerne für euch an, denn ich habe festgestellt, das macht doch einen massiven Unterschied, dass ihr da was seht. Ich muss es nicht irgendwie künstlich aufhellen, was da vielleicht ein bisschen von den Farben her schief aussieht. Ähm, und ich bin zufrieden, ihr seid zufrieden und deswegen ist mir das mit der Lampe eigentlich egal. Ähm, ich achte auf drauf, dass es euch nicht unbedingt stört, dass es irgendwie, ähm, ich sag mal vielleicht, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, blended, sagen wir es mal so. Na, da versuche ich auch drauf zu achten und, äh, hoffe, dass das dann auch funktioniert. So, wir haben jetzt hier was und ich brauchte hier noch Nägel, das heißt, einen würde ich jetzt nochmal Nägel machen und den anderen würde ich mir erstmal aufheben. Und dann brauchen wir hier noch einen Holzscheit. Und, so, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Wir hatten das falsche Werkzeug, ne, genau. Das muss ich hier rüber tun. So, und das nehme ich mit. Okay. Gut. Die Kiste können wir erstmal hier rüber tun. Und diese Kiste tun wir auch hier rüber. Ähm, halt, die können wir eigentlich gleich mal hochtragen. Genau. Weil dann können wir hier mal was ansetzen. Wie sieht denn das hier aus? Das sieht sehr gut aus. Dann machen wir das gleich mal so. Und während wir hier ein bisschen Holz holen, kann das hier vor sich hin brutzeln. So. Ja, Lehm könnte vielleicht auch schon fertig sein. Dann könnten wir den hier fertig bauen. Das wäre natürlich ideal. Wie sieht es aus? Vier Stück ist nicht fertig. Okay. Gut. Dann tue ich das mal hier hin. Gut. Das sorgt einmal dahin. Und da haben wir hier oben noch ein bisschen Platz. Wunderbar. Gut. Nägel. Können wir hier unten hin tun? Brauchen wir jetzt, glaube ich, erstmal nicht. Und, ähm, bumm, 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 bumm. Tierisches. Ne, habe ich nicht. Gut. Dann soll es das erstmal sein. Dann nehmen wir den Wagen. Und ich würde sagen, wir holen ein bisschen Holz. Holz ist immer gut. Wo ist denn die Axt hin? Habe ich da reingesteckt. Warum? Jetzt. Will er mir nicht geben. Gut. Dann ist das so. Ja, es gibt hier übrigens bei dem Baum auch einen Trick. Da müsst ihr irgendwie Taste drücken. Und dann geht das. Und der Baum ist gefällt. Aber ich habe noch nicht herausgefunden, wie es funktioniert. Ich bin da noch dran am Testen. Ähm. Keine Ahnung. Wir werden es irgendwann vielleicht rausbekommen. Dann geht das wirklich so. Nicht hier diese sieben, acht Schläge, die wir brauchen. Sondern in einer Sekunde oder in zwei Sekunden. Wird er drei, vier, fünf, sechs, siebenmal zucken. Düt, 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 düt. So hier. Düt, 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 düt. Und dann ist der Baum fertig. Was es alles so für kleine Cheats gibt. Oder, sagen wir mal, Tastenkombinationen. Das ist schon echt. Echt geil. So. Ja, mit den Geländer hier ist natürlich auch so eine Sache. Ganz klar. So. Das tun wir mal hier rein. Einmal auffüllen. Und dann schauen wir mal hier, wie das hier oben aussieht. So, da brauchen wir dann noch Bretter. Sehr gut. Und dann machen wir das hier. So, dann brauchen wir auch Bretter. Kein Problem. Soll die ja passen. So, drei, vier, eins, zwei, drei, vier. So, und da haben wir nämlich die Ecken schon mal. Wenn wir hier rankommen. Wunderbar. Was brauchen wir hier noch? Bretter und Holzscheite. Okay. Und. Bretter und Holzscheite. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir gleich die Holzbretterscheite. So, ich weiß es gar nicht. Wie viel habe ich aufgenommen? Acht Stück. Das ist ja extrem passend. So, wunderbar. Ja, wie gesagt, es ist ja unser Nebengebäude. Ich habe für, übrigens für das Hauptgebäude, habe ich einen Plan gehabt. Ich habe jetzt leider festgestellt, dass jemand anderes das umgesetzt hat, so wie ich mir das gedacht habe. Dann würde es jetzt aussehen, als würde ich das nachbauen. Momentan laufen bei mir auf meinem Testspiel Möglichkeiten, etwas anderes zu bauen. Ich habe auch schon etwas anderes fertiggestellt. Das funktioniert. Das habe ich gemacht. Das hat was mit dem Drack zu tun. Das werden wir dann irgendwann auch demnächst mal in Angriff nehmen. Ich denke mal, die Woche könnte das schon passieren. Na, dass wir dann auch mit dem Drack hier gut herkommen. Also das hat funktioniert. Sieht auch nicht so schlecht aus, sage ich mal. Eigentlich sieht es richtig gut aus. Und von daher ist das vielleicht eine Tatsache, die wir relativ schnell umsetzen können. Ist natürlich immer viel Holz von Nöten. Wie gesagt, ich versuche es immer heranzuholen. Aber wir müssen auch sowas nebenbei machen. Dafür ist der Tag nun mal da. Wie gesagt, nächsten Ausflug würde ich die Stadt sieben, würde ich erstmal auf die lange Bank schieben. Ich kann euch nicht sagen, wann. Was ich gerne machen würde, ist am 25. würde ich gerne hier oben in unsere nahegelegene Stadt gehen und nochmal nachlooten. Denn ich glaube, aller 10 Tage lootet das oder spawnt das in den Städten nach. Da sind wir natürlich auch jetzt schon drüber. Aber ich möchte jetzt erstmal hier ein bisschen was an der Basis machen, dass wir hier vorankommen. Und wie gesagt, ich würde natürlich jetzt gerne mit dem Anzeichnen hier anfangen. Von den diversen Sachen, die ich gerne vorhabe. Und das Problem ist, ich habe noch nicht die Möglichkeit, da etwas zu tun. Aus dem Grund... Na, wie formuliere ich das am besten? Ja, also sagen wir mal die Blaupause. Warte, der Bauplan ist noch nicht ganz fertig. So, was braucht man hier? Holzscheide braucht man hier? Okay, jetzt weiß ich auch, wofür wir die geholt haben. So, dann nehmen wir noch einen. Und ja. Okay, dann versuchen wir mal unser Glück. Ich brauche, glaube ich, noch Konservendosen. Jawohl, die haben wir. Und ja, natürlich, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Und dann muss man vielleicht auch mal ins Inventar schauen, ist ganz klar. Und dann hätte ich auch das gesehen, dass der Tisch natürlich hier zum Bauen ist. Aber ihr wisst ja manchmal, wie es ist. Halt, das war das Falsche. Ich nehme mal das. Halt, walt, kommst du zurück. Ich nehme mal das hier. Eine Kartoffel, wir brauchen eine Gurke und wir brauchen einmal Mais. Wir brauchen eine Konservendose. Ja, und da haben wir einmal Früchte. Sehr schön. So, und dann nehmen wir das nochmal, nochmal. Und jetzt habe ich keine Kartoffeln mehr. Wow. Wir haben auch Glück. Ich glaube, das sollte passen. So, Kartoffeln. Na, Kartoffeln. Das, das. Und das. Jawohl. Dann machen wir das nochmal. Kartoffeln, das. Oh, keine Möhre mehr. Na gut, dann ist das so. Dann bleibt es dabei. Okay, dann haben wir jetzt auf alle Fälle schon mal hier die ersten zwei Konserven. Und zwar Früchte-Cocktail oder Gemüsesalat, wie immer. Da haben wir 20 Gesundheit. Das ist top. Durst ist mir egal. Das können wir mit Wasser auffüllen und mit einer Melone. Kohlenhydrate ist top. Protein ist top. Fett ist top. Vitamine ist total. Und Energie vor allen Dingen. Energie bringt viel. Die maximale Gesundheit und der Sonnenwiderstand sind kleine Prozente, womit dann hier diese Rädchen nach oben gehen. Das hatte ich auch in der Vorfolge schon mal gesagt, dass man das hier mit Essen, verschiedenen Essen machen kann. Auch da hat nochmal jemand sich gemeldet und mir den Tipp gegeben. Auch trotzdem danke dafür, auch wenn es mehr oder weniger schon bekannt war. Ist aber kein Problem. Ich habe ja gesagt, immer her damit. Wenn ich es weiß, dann ist das so. Und wenn ich es nicht weiß, dann ist es ja umso besser, wenn der Tipp rüberwächst. Die Kartoffel essen wir mal. Die ist irgendwie im Weg. Okay. Wir haben hier noch eine Zwiebel. Brauche ich die Zwiebel? Vielleicht für später. Es gibt ja auch so eine schöne Zwiebelsuppe. Die bringt auch Top-Werte. Da brauche ich irgendwie so einen Lehmtopf. Habe ich auch noch nie gemacht. Ich habe mich mal in meinem anderen Let's Play, glaube ich, da versucht. Bin da wohl etwas gescheitert. An der Umsetzung. Wie auch immer. Ich schaue mal. Wir haben doch hier bestimmt noch was zu trinken. So kleine Pappen. Pappen. Die können wir mit wegmachen. Dann haben wir noch das Große. Und das ist gut. So, ich bräuchte so eine Melone. Ich würde gerne mal gucken gehen, ob wir hier so eine Melone finden. Lässt sich doch sicherlich irgendwo was finden hier. So eine kleine Runde. Unser Anbau wird ja wohl noch nicht fertig sein. Ich habe die ja angebaut. Aber vielleicht finden wir hier auf die Stelle eine. Das wäre natürlich absolut prickelt. Was wir auch machen müssen. Wir müssen auch so ein Extraktor bei der Kupfermine hier bei uns in der Nähe installieren. Momentan brauchen wir noch nicht so viel Kupfer. Aber das heißt ja auch nichts unbedingt. So. Na. Am Ende laufen wir die ganze Zeit vorbei. Ja. Sind sie schon fertig? Die wachsen da oben noch vor sich hin. Was ist das hier? Oh. Sehr schön. Okay. Merci. Sie. So. Ach. Ein Gürbchen. Sehr schön. Ja. Und das ist natürlich die Konservendosen. Das ist natürlich absolut top. Das ist für Reisen ist das was Geiles. Auch natürlich für so mal um die Werte zu pushen. Oder Gesundheit. Auch die Gurge bringt 10 Gesundheit. Das habe ich irgendwann schon mal mitbekommen. Aber es ist so. Das fällt manchmal hinten wieder runter. Weil man einfach irgendwo auf was anderes priorisiert ist. Aber ich glaube. Das vergesse ich jetzt auch so schnell nicht mehr. Und leider keine Melone hier. Schade. Ach hier guck mal. So kommt noch so eine kleine Melone hier. So eine zarte. So eine kleine. Ich weiß nicht. So eine gestreifte. Keine Ahnung. Eine Melone halt. So ich gehe nochmal hier gucken. Weil die würde ich gerne nochmal herstellen. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Und ihr seht. Das funktioniert. Das läuft. Ja. Was liegt noch auf der Agenda? Den Ofen können wir vielleicht machen. Vielleicht sind die Ziegel schon fertig. Das war natürlich klar. Dass das jetzt erledigt ist. Wir können mal vielleicht sowas essen hier. Ja. Na die passt nicht rein. Das war klar. Kartoffeln haben eigentlich genug. ne. So. Passt. Okay. Schauen wir nochmal. Ob wir eine finden. Wie gesagt. Eine wäre wirklich toll. Dass ich das nochmal zeigen kann. Die oben sind ja. Da noch nicht. Beziehungsweise habe ich die überhaupt angepflanzt. Ja. Kürbisse kann ich glaube ich erstmal ein bisschen wieder in die Versenkung schicken. Da hatte ich mich vertan. Denn das war ja die kleine Melone. Die wir halbieren müssen. Und das hatte ich irgendwie nicht so ordnungsgemäß registriert. Sagen wir es mal so. Ja. Für hier oben habe ich natürlich auch einen Plan. Ich würde natürlich dann hier oben drauf Strom machen. Auch die würde ich eigentlich mehr oder weniger hier oben hinsetzen. Dass wir hier in der Reling ein bisschen mehr Platz haben zum Laufen. Ja. Die müsste ich auch fertig machen. Seht ihr. Da brauche ich also doch noch Nägel. Da fällt mir gerade was ein. Wir können mal ins Wasser huschen. Huschen huschen. So. Kartoffel hätten wir. Das hätten wir. Dann nehme ich noch eine Kartoffel mit drüber. Und ich glaube ich brauche dann noch das. Könnte eventuell sein. Dann nehmen wir eins, zwei, drei. Total genial. So. Und eins, zwei, drei. Krass. Sehr schön. So. Was haben wir noch? Das ist alles nichts mehr. Gut. Dann würde ich sagen wir tun das hier mal zurück. So. Das kommt hier hin. Und hier oben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Da sind wir schon wieder voll. Wahnsinn. Gut. Dann kommt das hier rüber. Und dann haben wir drei, sechs, neun, zwölf, eins, zwei, drei. So. Dann machen wir nochmal fünf Stück. Dann haben wir da wieder Platz. Wie gesagt. Also da muss ich sagen. Momentan haben wir da überhaupt keine Probleme. Unser Zeug verdirbt schneller als wir gucken können. Und ja. Dann ist das so. Okay. Jetzt wird es schon dunkel. Dann ist nichts mehr mit einem Wasserausflug. Ich werde mal hier das Tor in Ordnung bringen. Dass wir hier in der Nacht sicher sind. Wenn wie Nacht steht nicht an. Nur der normale Besuch. Und dann schauen wir mal. So. In welcher Zeit sind wir? Ja. Haben wir heute mal eine etwas kürzere Folge. Der will hier nicht hochspringen. Wegen dem Dach. Ob ich das noch brauche, weiß ich auch nicht. Dann müssen wir schauen. Das ist eine leere Kiste. Ja. Ich habe mir vielleicht nochmal überlegt, dass die Öfen vielleicht drunten hinkommen. Dass die Wärme nach oben steigen kann. Ich weiß nicht, ob das hier so mit der Thermik funktioniert. Wäre aber vielleicht auch eine nette Sache so. Und natürlich würde ich gerne die Tische hier nochmal anders umstellen. Auch mit dem Bett. Das wird hier nochmal ein bisschen vorgerückt. Mit dem Bett habe ich auch was vor. Der Winter steht vor der Tür. Und wir brauchen dann auch Pflanzen hier drin. Hier hätte ich gedacht, dass wir hier zwei Regale hin machen. Und die vielleicht von da drüben. Und da drüben eher die Tische an die Wand. Irgendwie so vielleicht. Ich habe keine Ahnung so richtig. Muss mir das einfach mal irgendwie ein bisschen einrichten. Und ich würde sagen, das war es gewesen. Wir haben also heute den Rucksack. Wir haben die Minen abgefarmt. Und wir haben Essen hergestellt. Nicht das Essen, was ich gerne gemacht hätte. Weil wir die kleinen Melonen irgendwie nicht haben. Und da kann ich aber vielleicht nochmal jetzt was anpflanzen. Dass wir das Problem in Zukunft auch gelöst haben. Eher die hier brauche ich nämlich. Na. Dann machen wir mal drei davon. Jawohl. Okay. Dann. Ich mache das mal so. Und so. Na. Und dann können wir das hier zumindest schon mal anpflanzen. So. Wunderbar. Dann haben wir hier drüben die normalen Melonen. Die können wir auch so lassen. Wir haben vielleicht auch eine Idee, wenn wir... Egal. Wir pflanzen das erst mal an hier. Und was haben wir noch hier? Mais hätten wir noch. Zwiebel brauche ich eigentlich erst mal nicht. Gurke ist auch geil. Gurke ist auch geil. So. Gut. Ja. Und da kommt schon der erste Besuch wieder. Wo ist er denn? Na. Wahnsinn. Also die Lampe ist schon echt toll. Da kann man nicht anders sagen. Wow. Wo bist du? Jupp. Und was haben wir Gerichtverbände? Na nicht schlecht. Gegen Infektionen. Okay Freunde. Das soll es gewesen sein. Wie gesagt. Vielen, vielen Dank für eure Dabeisein. Immer für eure Kommentare. Für eure Hinweise. Das ist echt toll. Bitte so beibehalten. Wie gesagt. Das ist nicht böse gemeint. Aber manches weiß ich halt. Aber ich tue es halt nicht anwenden. Oder ich habe es vergessen. Oder... Und deswegen bin ich froh, dass ihr mir manchmal da so oft die Sprünge helft. Oder allgemein Tipps gebt, die ich überhaupt nicht weiß. Wirklich echt klasse. Behalte das bitte gern so weit weiter. Und bedanke mich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, dass es euch weiterhin auch gefällt. Dass ich es spannend halten kann. Hoffe ich. Wie gesagt. Ich hätte es mir die Städte vielleicht ein bisschen anders einteilen sollen. Dann wären wir nicht ganz so schnell jetzt schon fortgeschritten. Sondern hätten vielleicht an der Basis mehr Fortschritt. Oder mehr Ressourcen. Oder was auch immer. Aber ich hoffe, dass es euch trotzdem so zurechtkommt. Und ich bin auf alle Fälle begeistert, wie ihr dabei seid. Und freue mich jedes Mal über jede Info. Jeden Kommentar. Etc. Also dann. Bis zur nächsten Folge. Sage ich danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Und auf bald. Macht's gut.